Ja, da hab ich mich ein bisschen verarscht von dem Spiel gefühlt. Versteht es nicht, was ist das? Die liegen über Waffen und dann laufe ich da drüber und dann sind die weg. Ähm, cool und dann. Nein, ich möchte das hier. Ja, wo soll ich der Munition herbekommen, die liegt ja nicht hier einfach so rum. Ich brauche solche, solche, die liegt hier einfach rum, mit so einer Pistole. Aber die liegt immer so wenig, Alter, ohne Spaß. Da liegt auch noch irgendwas, oder? Ja, doch gerade irgendwas hat hier rot gedacht, sag ich doch. Sag ich doch. Ich will diese Scheiße hier nicht, hat man gar kein Damage. Ist hier noch was drin? Mal gucken gehen. Ja, egal, wenn die Munition irgendwo drin liegen würde. Salz aber schon mal, Banane, Gesundheit, Gesundheit und Salz. Aber sonst ist hier auch nichts. Okay, gehen wir weiter. Äh, Corshen oder Flimits. Hier müssen wir her. Ja. Ah, ich geh mal noch mal rein. Wie ist der? Ah. Doc. Äh, Crenfallehilfe. 1000. Krass. So, Pistole. Äh, Crenfallehilfe. 120 kann man da nur. Na dann. Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zum Mordeland Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skylines. Die Skylines, ha? Diese Dinger, mit denen die Cops laufen? Was ist jetzt noch mal? Diese Linie geht noch. Wenn nicht zugehört. Mal probieren. Das wider mich nicht. Da stand da grad irgendwas mit Leertaste oder nicht? Ja. 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 Was? Fuck Alter. Hui. Wo ist die ganze Stadt hin, jetzt mal ohne Witz? Alter, wie viel verreck... Verreckt auch! In diesem Moment. Er wird Böses im Schilde. Schild. Nö. Geil zu. Cool. Die Invasion finde ich geil. Okay. Hier runter? Nicht. Äh, muss ich jetzt hier weiter? Ja, ne? Okay, ich dachte, es ist da, geht da jetzt weiter. Okay, die Sätze sind wieder voll. Das hier, ne? Huiiii. Nö. Das ist voll geil, Mann. Oh. Weißt du, was der Kerl getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Und heute wird er gewaltigt. Ausgerechnet heute. Weißt du was? Am besten nehmen wir alle hoch, die gut über die Fox reden. Bei Anarchisten ist ein Falk. Die Nacht. Schade, ich dachte, sie merken das nicht sofort. Ist noch einer? Ja, hab ich nicht gesehen. Das mit dem Anvisieren ist mega scheiße, jetzt mal ohne Witz. Und das Gefühl, dass die Maus-Sensivität dann voll behindert wird. Huiuiui. Das hat man ganz schön passen gemacht. Seizeit. Huiii. Irgendwie hier da rauf käme, käme ich wohl ran. Jaja, weiß ich. Da oben muss ich bestimmt wieder hin. In diese Anspielung. Wenn ich irgendwie da hochkämen würde. Ne, jetzt aber ernsthaft. Wie komme ich da hoch? Hier? Ja. Na. Ah, da ist bestimmt da. Weißt du, er kann hier hin springen, aber nicht da hin, oder was? Das war nur einer. Hier wollte ich vorher noch durchsuchen. Angriff! Das mit dem Nahkampf ist ja manchmal richtig geil. Das ist echt geil, dass ich anfangen zu brennen, jetzt mal ohne Spaß. Ist hier noch was? Ne. Genau, das wollte ich. Uh, sexy. Anvisieren, umkehren. Rechts steht ja noch so Dingens. Trete zurück! Trete zurück! Wenn du den Delaware überquertest mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Vater Washington. Wir hören uns. Kann ich jetzt alle Namen machen? Na dann So, die hatten natürlich alle keine Pistolen Bis jetzt Nichts geworden Himmel wird heading Hä? Willst du mein Lamm rauben? Doch nicht jede Schuld lässt sich tilten Bokka Du kennst mich nicht, Kumpel Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt So wie Blut der ihre ist Wissen Sie, was steht das nicht? Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt Und so sind Sie zufrieden Was führt Sie nach Columbia, Bokka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld Das führt zu Blutvergießen, DeWitt Aber so händen es ja immer nicht Es händet immer mit Blutvergießen Du willst mein Lamm abliegen, aber dein Stab ist kum und entfahrt gewunden Geh, geh zurück in das Odo, aus dem du kamst Ja, wieso soll ich denn überhaupt erst mal hier hoch? Geht mal ohne Spaß Guck wie wenig Munition ich noch hab Verstehe ich nicht Wow Danke, dass ich mich vorgewandert habe Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen Welche Steuerung? Das Glänzende ist nicht immer gut Hier ist auch noch was drin Und hier ist noch was drin Ach, da ist noch was drin Hier noch, nichts mehr, alles klar Gut, äh, muss ich jetzt weiter hin? Muss ich jetzt wieder weiter fliegen, oder Was ist jetzt hier so der Plan? Geh ich noch weiter irgendwo? Der hat das den verlassen Ja, geh mal wieder hier rüber Kann ich hier rein? Doch, der Gegend ist rein Keine Sorge Hallo Ich tue dir schon nichts Wieso nicht? Verstehe ich nicht Achso Der Herr vergibt alles Aber ich bin nur ein Prophet Kann ich hier nicht umbringen? Ich muss nicht vergeben Amen 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 Ja, WTF, Mann Das hier finde Anstalt Das hier finde ich jetzt geil Wo ist das Ding denn jetzt hin? Da ist es Das schlug wie geil aus Wer ist jetzt da runter oder knallt das Ogo gegen? Es wird da runter Fällt jetzt auf die Erde oder nicht? Da muss ich jetzt theoretisch einfach auf die Erde Ach du scheiße, sind wir weit drüber Okay, das muss ich splitten in zwei Teile I'm sorry for that Ich werde das in den Titel schreiben 1 von 2 und so Wir machen hier in der nächsten Folge weiter Bis dahin Euer Paddy Ciao